hey freunde willkommen zum nächsten test heute im test sind die gold rockets von agento dran ja eine nebenmarke von funke natürlich die gold raketen habe ich im shop bestellt und gekostet haben sie glaube knapp sieben oder acht euro ich glaube 7 95 wir haben hier werden wir sechs raketen und 120 gramm nm sprich raketen mit max nm ja dann würde ich mal sagen gehen wir gleich mal raus und zünden die gold rockets von agento so dann machen wir jetzt die gold raketen von agento einmal dunkles und einmal helles gold und der wind kommt auf und machen wir die letzten zwei auch noch mal so schöne raketen für acht euro soll ich schon mal sagen kaufe empfehlung und genieße ja also freunde von mir eine kaufe empfehlung schon mal was auf der winde macht's gut ja 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 ja